Willkommen zur zweiten Staffel von CleanMyPC, wo ich eure Drecking-PCs reinige, genauso wie zum Beispiel diesen hier vom Zuschauer Jan. Und dann gibt es noch nach der Reinigung ein kostenloses oder das ein oder andere kostenlose Upgrade dazu. Mehr dazu oder wie das Ganze funktioniert, findest du in der Beschreibung verlinkt. Außerdem dort auch unseren neuen Discord-Server. Falls die YouTube-Notification mal wieder nicht funktioniert hat, bekommst du da auf jeden Fall den Hinweis, wenn ein neues Video online gegangen ist. Das gilt aber auch für alle, die beispielsweise noch nicht abonniert haben, habe ich gesehen. Es sind eine ganze Menge, die regelmäßig die Videos schauen, aber irgendwie es nicht für nötig halten, den Kanal zu abonnieren und uns damit zu supporten. Deswegen unbedingt nachholen und Glock aktivieren. Der PC vom Zuschauer Jan ist auf jeden Fall eine sehr wilde Konstellation aus Cooler Master Be Quiet und einer für mich auf den ersten Blick nicht erkennbaren Grafikkarte, von welchem Hersteller die jetzt ist, wird auf jeden Fall eine sehr interessante Erkundungstour hier. Es gibt das ein oder andere, naja, Kabel, was quer durch die Gegend fliegt und natürlich auch das ein oder andere Spinnenwehen. Hier gibt es auf jeden Fall richtig viel Potenzial und auch sehr feinen Staub. Natürlich kein krasser Rauch-PC, aber das hatten wir jetzt erst und wir können das Ganze auch mal mit einem solchen Problemfall hier das Ganze angehen. Ein neues Case habe ich für Jan auch mit dabei. Das ist vor kurzem erst auf den Markt gekommen, zweiter Tage. Also auf jeden Fall brandneu. Schaut unbedingt jetzt noch das Video bis zum Ende, weil das Case ist schon echt super sexy. Lasst uns loslegen. Ich mache es auf jeden Fall mal. Ich habeih bleu alles zu Ende. Tschüss. Unsere Nikki-Tunes Ort und ichuu-답be. Das Case ist ja so ein älteres, cooler Master irgendwas. Man sieht es daran, dass es älter ist, weil dieser, naja, Laufwerksschlittenrahmen einfach vernietet wurde. Man kann ihn nicht ausbauen, respektive rausschrauben. Generell sieht man ja den Zustand vom Innenraum, sehr viel Dreck, feiner Dreck, grober Dreck, überall sehr viel Dreck. Man sieht aber auch, so wirklich viel Luft ist über die Front nicht reingekommen, trotz dieser beiden Lüfter. Die sind im Grunde noch fast neuwertig, da ist fast kein Dreck drauf. Und man sieht auch an den, ja, Lufteinlässen von der Front, die sind auch weitestgehend sauber. Und meine Vermutung ist, dass die Lüfter vielleicht schon so langsam gelaufen sind, dass da fast nichts angesaugt wurde, obwohl die Voraussetzungen dafür eigentlich ganz gut sind und deswegen das Ganze so sauber ist. Also vielleicht hätte man sich die Lüfter auch sparen können, wer weiß. Aber gut, sauber machen müssen wir sowieso. Unterstützt wird das Video von iFixit. Es kommt auf die Frage auf, welches Werkzeug ich nutze. Nun, ganz klar aus Überzeugung, das von iFixit. Das ProTech Toolkit bietet 64 Bits für gängige als auch exotische Schraubenprofile und sämtliche Tools für Smartphone oder auch Notebook Reparaturen. Die perfekte Ergänzung, das beschreibbare Magnetic Matte, damit dir keine Schraube verloren geht. Mein Favorit, das Manta Precision Bitset inklusive zweier Bithalter und 112 Präzisionsbits und dazu noch die praktische Sortierschale und du bist perfekt ausgestattet für den nächsten PC-Bau. Mit dem eingeblendeten Code bekommst du 10% auf alles. Es lohnt sich definitiv mehr dazu in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gut, Friends, Case und Netzteil sind wir sauber. Obwohl man ja irgendwie vermuten hätte können, ja, ist da gar nicht viel Dreck drin, kam mir doch in der einen oder anderen Sequenz super viel Staub raus und jedes Mal durfte ich meine Kamera danach sauber machen. Und beide Komponenten sind jetzt wieder in einem Top-Zustand und werden dann in einem Projekt, was in Kürze dann angehen wird, nochmal zum Einsatz kommen. Denn, ja, man könnte ja zum Beispiel das Case erneut verwenden, aber irgendwie ist das doch ein bisschen lame, nicht ganz so zukunftsorientiert, beziehungsweise auch nicht ganz so modern und RGB fehlt ja sowieso. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Mainboard. Man könnte ja meinen, obwohl die Plattform an sich B450M pro VDH mit einem Ryzen 5 2600 noch gar nicht so alt ist, nur die AM4 Ryzen-Plattform ist ja noch relativ modern und aktuell ist es aber trotzdem so, dass hier schon sehr viel Staub sich gesammelt hat. Das PCB ist an sich braun, aber wenn man hier so ein bisschen drüber geht mit dem Finger, wird der Finger von schwarz gern mal grau. Nicht so cool. Gleiches auch beim CPU-Kühler. An sich relativ moderne Plattform. Ich habe gesehen, der Arbeitsspeicher wurde im November 2018 hergestellt. Ich denke mal, bis das Ding im Verkauf war, wird es wahrscheinlich schon 2019 gewesen sein. Bedeutet, jetzt genau drei Jahre alt das Ganze und dafür schon recht dreckig. Ich denke mal, bis das Ding im Verkauf war. Ich denke mal, bis das Ding im Verkauf war. Ich denke mal, dass ich hier ein Stück eines jeden Gaming-PCs habe, so auch bei Jan. Und hier haben wir eine auf den ersten Blick gar nicht wirklich erkennbare Grafikkarte. Die bietet keinerlei Informationen oder ein Design, was man von bekannten, renommierten Herstellern kennt. Aber ich habe herausgefunden, es ist eine RX 580 von Power Color. Also eine damals wahrscheinlich sehr günstige Karte. Design egal, Hauptsache Funktion, Hauptsache Leistung. Kann ich absolut nachvollziehen, wenn das Budget generell begrenzt ist. Der gröbere Dreck hier oben drauf ist beim Heraussehen der Transportsicherung einmal schön draufgerieselt. Auch so ein bisschen was aus dem CPU-Kühler raus. Und wird wahrscheinlich jetzt gleich hier so schön runterrutschen. Das dachte ich mir nämlich. Ja, und die andere Seite sieht so aus. Hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zu reinigen. Und ich würde sagen, lasst uns mal mit einem guten Stück hier anfangen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Hardware glänzt wieder wie am ersten Tag und ist halt vom Zustand her, also von der Aktualität. Gibt es das Wort überhaupt? Wenn nicht, egal, habe ich es gerade erfunden. Made by Zen Chili. Ist halt von der Aktualität her noch relativ frisch. Der Ryzen 5 2600, gepaart mit der RX 580. Das ist auf jeden Fall stabil. So, da dachte ich mir, das kann man so lassen. Gehen wir auf jeden Fall mal voll auf RGB und Funktion. Warum Funktion? Nun, eine RX 580 braucht eine gute Kühlung, sprich einen guten Airflow. Und das ist mit dem brandneuen TD 300 Mesh von Cooler Master möglich. In diesem Case lässt sich beispielsweise vorne ein 360er Radiator verbauen, oben ein 240er bzw. 280er. Es gibt sehr viel Platz für KB Management, ein sehr schickes Glasfenster und zwei 120 mm ARGB Lüfter. Die sind verbunden mit dem ARGB als auch Lüfter Geschwindigkeits Fan Hub auf der Rückseite. Der ist immer mit dabei und sieht halt in der Kombination aus Lüfter, Front, Glas, Inneraufbau schon extrem gut aus. Feirig hat das Gehäuse. Ist in der Beschreibung verlinkt. Der von Jan mitgelieferte AMD Boxkühler kommt weg. Dafür kommt eine 240er Cooler Master Illusion Wasserkühlung rein. Außerdem noch ein paar Cooler Master Halo Fans im 120er Format. Und damit Jan in Zukunft so ein bisschen mehr Spielraum hat, beispielsweise auch für eine stärkere Grafikkarte, gibt es noch ein 750 Watt V2 vollmodulares Netzteil von Cooler Master dazu. Das Ganze bauen wir jetzt zusammen. Ich bin sehr gespannt, wie das dann hier später alles im TD 300 Mesh aussieht. Ich liebe es jetzt schon. Ich glaube, das muss ich mir irgendwie auch mal privat organisieren. Für was auch immer. Los geht's! Ich liebe es jetzt. Gut, meine Freunde. Das System läuft, wie ihr seht, und sieht 1A aus. Gerade die Kombination aus Case und Halo-Lüftern immer wieder nice. Und zu sehen, kennen wir ja quasi schon vom TD 500 Mesh plus Halo-Lüfter. Das ist halt einfach on point nice. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, hey, wie kannst du denn jetzt die ARGB-Lüfter irgendwie steuern? Weil das Mainboard hat ja gar keinen ARGB-3-Pin 5 Volt. Das ist ja einfach zwei Optionen. Und zwar einmal über den Reset-Taster vorne am Case. Der steuert wiederum dann den beim Case mitgelieferten RGB Fan Hub mit an. Oder man könnte auch auf den RGB-Controller zurückgreifen, der bei der Wasserkühlung mitgeliefert wurde, der per USB dann ans Mainboard angeschlossen wird und halt über eine spezielle coole Master-Software so ein paar Effekte bereitstellt. Ich habe auf den verzichtet, habe es einfach über den RGB-Controller vom Gehäuse gemacht. Und der gute Jan kann dann später, falls er einen Mainboard-Switch macht, noch das offene oder frei verfügbare 3-Pin-RGB-Kabel anschließen. Sechs Lüfter sind jetzt hier verbaut. Wie wird das Ganze gesteuert? Letztendlich über einen einzigen Anschluss, denn dahinter sitzt quasi der Fan- und RGB-Controller vom Gehäuse. An diesen sind über diverse Splitter, die übrigens mitgeliefert werden beim Dreier-Pack der Halo-Lüfter oder auch bei der Wasserkühlung. Das ist ziemlich geil gemacht. Jetzt habe ich auf Drückseite noch einen weiteren freien Anschluss für irgendwas anderes. Keine Ahnung, ist zwar nicht nötig, aber es wäre möglich. Und so funktioniert das Ganze. Die Lüfter laufen jetzt mit 800 Rumdrengungen pro Minute. Das ist auf jeden Fall von der Kühlleistung her kommt einiges raus und ist echt leise und angenehm. So soll es doch, denke ich mal, auch sein. Damit kommen wir zur Tüte der Schande, wie viel Dreck denn hier letztendlich jetzt drin ist. Bedenkt bitte, dass ich heute viel mit dem Luftdruckgerät oder Druckluft, Druckluftgerät, ich verwechsel das immer wieder, gearbeitet habe. Und deswegen natürlich nicht alles in dieser Tüte drin ist. Aber schauen wir einfach mal. Ja, ich würde sagen, das ist mal wieder einiges, was hier in diesem System drin war. So ein paar Haare habe ich auch gefunden. Richtig lecker, würde ich sagen. Also Freunde, wenn ihr Bock habt, bei diesem Format teilzunehmen, dann bitte unbedingt in der Videobeschreibung das Ganze abchecken. Wie, warum, weshalb, weil so, wie das Ganze hier funktioniert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis neulich. Ganz genau. Ciao. Ciao.